Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Transformers 1. Ja, in diesem Film geht es um die zwei Roboter Orion Packs, gesprochen von im Original von Chris Hemsworth, im Deutschen von Tommy Morgenstern und D-16, im Amerikanischen gesprochen von Brian Tree Henry, im Deutschen gesprochen von Jan David Rhönfeld. Ja, diese beiden Roboter sind ja Mienarbeiter, denn sie müssen ganz tief unten unter der Planetenoberfläche Cybertrons Energon abbauen. Energon ist die Energiequelle der Transformers und somit unverzichtbar. Warum müssen sie es unter der Erde abbauen? Denn seitdem die Primes den großen Kampf gegen die Sentinels geführt haben, ist die Matrix der Führerschaft verloren gegangen. Und diese Matrix war dafür verantwortlich, dass das Energon auf dem Planeten Cybertron in Hülle und Fülle zu finden ist. Ja, nichtsdestotrotz, sie arbeiten und arbeiten, aber Orion Packs sieht da so ein bisschen mehr. Er ist so der Typ, der ja so ein bisschen auch Ärger macht, weil er halt gerne über den Tellerrand schaut, während D-16 da so ein bisschen ja mitgeschleift wird bei seinen ganzen Ereignissen, aber eigentlich gar nicht so Bock drauf hat. Und ja, an einem Tag machen sie bei einem Rennen mit, das eigentlich nur für die privilegierten Transformer ist. Sie haben da eigentlich überhaupt nichts zu suchen, aber machen da so viel Furore, dass Sentinel Prime auf sie aufmerksam wird. Sentinel Prime wird gesprochen von Tom Hamm, im Deutschen von Tom Beck. Und ja, er sagt ihnen, ja, ihr seid alle cool, dies, das und so. Habt echt eine keile Show abgeliefert und so, aber trotzdem müssen sie wieder runter in die Mine. Packs kommt auf die Idee, ey, lass uns doch die Matrix suchen. Das kann doch nicht sein, dass die so schwer zu finden ist. Und ja, sie versuchen auf die Cybertron-Oberfläche zu kommen, was ihre Vorgesetzte, Lita One, gesprochen im Amerikanischen von Scarlett Johansson, im Deutschen von Emilia Schöle, nicht gefällt, denn sie ist eigentlich dafür da aufzupassen, dass da keiner irgendeinen Stress macht. Und ja, Packs ist schon häufiger aufgefallen. Nichtsdestotrotz, sie gelangen auf die Oberfläche und ja, versuchen diese Matrix zu finden. Ja, so viel dazu. Also ich werde den Film auf zwei Arten bewerten. Einmal, weil ich ja noch die ursprüngliche Transformers-Serie kenne, Transformers G1. Und dann halt jetzt den Film alleine bewerte. Bewerten wir den Film doch erstmal alleine. Der Film hat sehr tolle Animationen, modern angelehnt auf jeden Fall. Vom Design her ein bisschen auch den G1-Touch, aber nicht wirklich zu sehr. Wenn gerade ein Bumblebee, der auch dort vorkommt. Ja, man kann sie erkennen. Manche mehr, manche weniger. Aber sie haben schon so ein leichtes Redesign erfahren. Abgesehen davon, dass ja viele Transformers ja, so wie wir sie da aus der G1-Serie kennen, ja schon auf der Erde waren und dadurch dann halt ihren, ja ich sag jetzt mal, irdischen Touch bekommen haben. Sehen sie doch hier teilweise noch ganz anders aus, weil sie da halt doch sehr nach dem, ja, Cybertron-Umfeld angepasst sind. Außerdem ist da die Paramount Pictures Animation für verantwortlich, sondern auch die berühmt-berüchtigte Firma Industrial Light & Magic, die auch für die visuellen Effekte verantwortlich ist. Ja, die Animationen sehen sauber aus, die Animationen sehen cool aus und, ja, das ist auch so die erste Synchronarbeit von Chris Hemsworth als Optimus Prime, denn, ja, die berühmt-berüchtigte Stimme Peter Kellen hat sich zur Ruhe gesetzt. Und somit hat jetzt Chris Hemsworth die Aufgabe, Optimus Prime zu sprechen. Wird natürlich niemals an das Original rankommen. Ich weiß auch nicht, wie sich Chris Hemsworth als Optimus Prime jetzt im Originalen anhört, aber, ja, die Stimme von Peter Kellen ist und bleibt einfach einmalig. Ja, der Film macht wirklich Spaß, also der ist wirklich gut gemacht, also es ist so ein bisschen so, ja, sich so gegen das Establishment auflehnen und, ja, da hat man wirklich schon sehr viel interessante Ideen reingebracht und so, zum Beispiel, dass es halt dieses Teil gibt, durch was sich die Transformers auch erst transformieren können. Ist neu, hat es meiner Achtung so gar nicht gegeben bei Transformers G1, aber gut, dann hat man das halt ein bisschen modernisiert, um halt die Story halt ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Pepp zu geben und auch so ein bisschen mehr den Grund zu geben, um halt so ein bisschen, dass Orion Pax über den Teller ranschaut. Man sieht da so ein bisschen, wie Cybertron aussieht, aber, ach, ich weiß nicht. Ich finde, da hätte man Cybertron noch ein bisschen anders darstellen können, hatte ich so ein bisschen so mal Probleme gehabt. Der sah mir so, gerade die Oberfläche hat mir jetzt so gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da waren auch so ein paar echt wehre Gestalten. Und, nee, also, manche Sachen waren da von dem Redesign her, haben mir jetzt wirklich gar nichts so gesagt. Aber, wie gesagt, also, tolle Charaktere, Animationen, die Synchronstimmen, die Deutschen gehen durchaus in Ordnung, muss ich sagen. Also, das hat mich jetzt gar nicht so gestört. Das würde ich jetzt mal sagen, man kann sich den Film so angucken. Wenn man jetzt aber das Hintergrundfrisen von Transformers G1 dabei hat, ja, da gefallen einem so ein paar Sachen dann schon mal nicht. Da merkt man, dass man da schon wieder diverse Unterschiede hat. Denn, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, war das so gewesen, dass es einen Krieg, beziehungsweise die Quintessons, genau, die Quintessons, hatten die Transformers erschaffen, um sie als Arbeiter, schräg, schräg, Sklaven zu halten. Und, ähm, durch das Auflehnen der Transformers, ähm, haben sie sich ihre Unabhängigkeit, ähm, erarbeitet. Und das, so meine ich, wäre die Originalstory gewesen. Und, ähm, ganz ehrlich, wäre mir irgendwie auch ein bisschen lieber gewesen. Aber ich hätte gerne diese Story gehabt. Und gerne auch so ein bisschen mehr so, ähm, ja, ich sag jetzt mal, hätte ich auch so von Cybertron so ein bisschen, also hätte man Cybertron so ein bisschen mehr so dargestellt, wie, sag ich jetzt mal, bei dem Bumblebee-Film. Ey, ich wäre sofort hin und weg gewesen. Das, da war Cybertron für mich so aus wie Cybertron. So, wie ich mir Cybertron vorstellen würde. In dem Film, ja, die Oberfläche sah mir eher so, war ja mehr so, ja, es war gesteinsartig mehr so, aber es hatte für mich keinen, 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 ja, sag ich jetzt mal, künstlichen Planetentouch gehabt mehr. Es sah für mich alles, und da waren auch so ein paar Vieregestalten, die, ja, die ich auch noch nie gesehen habe und auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Und von daher, also, wenn man das damit wieder vergleicht, muss ich sagen, ey, Leute nimmt Michael Bay und Konsorten einfach das ganze Transformers-Franchise weg. Ich kann es einfach nicht sehen, wie man, anstatt einfach die Storys zu nehmen, die man eigentlich hat und die, ja, so ein bisschen ins Moderne transportiert und mit einem richtig geilen Animationsstil und so, ey, hätte ich sofort gefeiert, ey. Aber nein, man macht schon wieder so ein bisschen hiervon, so ein bisschen was Eigenes und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist für mich nicht gut einfach. Ist für mich einfach nicht gut. Man hat auch einfach irgendwelche, ähm, Transformers mit reingenommen, die es eigentlich so gar nicht, glaube ich, gegeben hat. Und ja, es sind so viele Dinge, die ich einfach nicht gebraucht hätte mit dem Hintergrundwissen von Transformers G1. Aber wie gesagt, das ist selbst, ähm, man hätte noch ein bisschen mehr vielleicht noch den G1-Touch in den Animationen reinlegen können. Hätte ich noch ein bisschen mehr gefeuert, wobei, ähm, D16-Megatron noch so ein bisschen mehr den G1-Touch hat als, ähm, Orion-Pax-Optimus-Prime. Man, wie gesagt, man erkennt manche Transformers, ähm, besser, andere Transformers, der kennt man weniger gut. Ja, wie gesagt, also ich hatte da so ein bisschen mit dem Hintergrundwissen von G1 hatte ich da so ein bisschen meine Probleme gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der Film macht trotzdem Spaß. Aber, ja, ist halt so ein bisschen, äh. Wie gesagt, also nimmt Michael Bay und das alles weg. Nimmt Travis Knight. Packt Travis Knight in das Transformers-Franchise so als, als Oberer von allen einfach. Denn für mich ist der Bumblebee-Film immer noch der beste Transformers-Film von dem ganzen Franchise. Auch wenn er es immer noch so ein bisschen der unterschätzteste Film von dem Transformers-Franchise ist. Ähm, ist das für mich einfach noch der, der, wo ich jetzt sage, vom, 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 ähm, vom Design der Roboter her und auch vom, ähm, Look von Cybertron her, hat mir das mit am besten gefallen. Da fallen die ganzen Transformers-Filme von Michael Bay einfach raus. Da sahen viele Transformers aus wie aus dem Schrottplatz zusammengeklöppelt, ähm, und, und, ähm, gerade meine Lieblings-Transformers, die Dynabots, die sahen in dem Film einfach so scheiße aus. Und, ähm, die hatten auch überhaupt nicht diesen, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen lustigen, ähm, Charaktereigenschaften oder so gehabt. Hat mir auch einfach nicht gefallen. Also, je mehr Transformers-Filme rauskamen, umso schlechter wurden die auch. Und umso verer wurden auch die Storys. Und, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt demnächst erwartet, wenn die Transformers wohl mit G.I. Joe zusammengehen. Äh, ich erwarte da nichts Gutes. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi-Fanshop. Hier gibt es alles von eurem Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts-Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Transformers 1. Ein Film voller Missverständnisse, würde ich sagen, wenn man G1 kennt. Wenn man den Film einfach nur als solches, ähm, nur als solches sieht, als eigenständigen Film sieht, macht der Film wirklich Spaß. Du hast, ähm, tolle Charaktere. Du hast einfach dieses Auflegen gegen das Establishment. Du hast einfach so einen Charakter, der einfach macht, anstatt zu überlegen. Und, ähm, ja, das macht schon wirklich sehr viel Spaß. Die Animationen sind einfach modern gehalten, mit ein bisschen G1-Touch, aber leider hätte es auch von meiner Seite da ein bisschen mehr sein können. War mit manchen Sachen ein bisschen zu wenig. Und, ähm, ja, manche Charaktere erkennt man etwas besser. Wenn man G1 kennt, andere erkennt man, ja, eher weniger. Aber nichtsdestotrotz, man hat sich für den Film wirklich Mühe gegeben, aber, ja, man sollte den Film lieber als eigenständig betrachten und nicht die G1-Brille aufhaben. Dann findet man den Film deutlich besser. Und somit gebe ich jetzt auch zwei Bewertungen ab. Und zwar, ohne Transformers G1 zu kennen, würde ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen geben. Mit der G1-Brille, weil die Story wirklich, ähm, ja, nicht so wirklich das ist, was ich, ähm, von Transformers G1 kenne. Und, ähm, ja, wie gesagt, manche Transformers erkennt man nicht. Und dann hat man nur Charaktere, die in der Transformers G1 überhaupt nicht aufgetaucht sind. Da gebe ich den Film dann eher so, ja, drei Totenköpfe. Es macht trotzdem Spaß, sich das anzugucken, aber es ist einfach nicht wirklich das, was man sich jetzt vielleicht gedacht hätte, wenn man jetzt hört, die Original-Story von Transformers wird erzählt, die Vorgeschichte von Transformers wird erzählt. Jetzt kriegen wir Orion Packs zu sehen, wie er zu Optimus Prime halt wird. Ja, da gefiel mir die Origin-Story bei G1 einfach ein bisschen besser. Ja, das war die Filmbewertung zu Transformers 1. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.